Musik 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 Und dann würde ich sagen, können wir auch schon loslegen Musik 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 Keine Angst, ich verkleide das später alles noch wunderschön mit Treppen Also wenn Treppen da sind muss es eins hören So, und jetzt buddeln wir uns rundher Und da haben wir auch schon Eisen gefunden Mega nice Das fängt doch wirklich schon mal gut an Muss ich sagen Gefällt mir Haben wir jetzt schon Eisen gefunden Direkt am Anfang Das ist wunderschön So 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 Und weiter geht's Bis ich irgendwas neues finde Äh, da Das ist Das ist Das ist Stufe 57 56 Ja, es geht runter Langsam aber sicher Yeah Hühlen Geräusch Geräusch Ja Kupfer ist nicht Und Kohle Yeah Mega geil Freue ich mich echt extrem Ich Kohle ist das, was ich brauch Auch In Minecraft In Minecraft Bam, bam Hm So Mega nice So Bis jetzt Also bisher Muss ich sagen Dann läuft's Schon einigermaßen Gut Ich hab schon zwei Äh, Materialien Die ich haben möchte Schon gefunden Und das geht weiter, ne Vielleicht find ich ja noch irgendwas anderes Was natürlich übelst Mega geil wäre Jetzt geht's erstmal weiter runter So So, hier wieder schon ein Fackelchen platzieren Es werden nicht zu dunkel werden Wir wollen ja auch nicht zu viel an Fackeln sparen Denn, äh Monster Monster Spawnen Ist hier die Hölle los Oh ja Dann ist die Hölle los Das sag ich euch, meine Freunde Ich hab mich mal wieder letztens mit dem Epic unterhalten Und Ich hab ihn ein bisschen geärgert, ja Unterfreunden, ne Ein bisschen geärgert Und dann sagt er Weißt du was Hau Ach, ich hau jetzt ab Ich geh jetzt bei Minecraft freuen Zu sein Minecraft freuen Mega geil Einfach nur der Spruch, der Der kam so passend Das war einfach nur Oh, hab ich Gelacht Wie schon lange nicht mehr Das ist echt traumhaft Äh Weiter geht's BAM 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 Geil Erde Super nice Super nice Will ich haben Nicht Nicht Sooo Perfekt Schöner Schöner Stufe 14 runter Und Äh Dann wird gestripmined Habe ich Habe ich mich um eins verbaut Oder kommt es mir nur so vor Als ob es enger wird Ich glaube es kommt mir nur so vor Hoffe ich zumindest Wäre ja nicht so schön Wäre ja nicht so schön Wenn ich mich verbauen würde Verabbauen würde Ja, ich weiß jetzt schon, dass der Epix sich wieder an den Kopf fassen wird Wenn er diese Folge hier sieht, ey Mann, was macht der denn da für ne Scheiße Na das gleich wie immer BAM 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 Danke sehr Danke sehr für diese große Erreicherung Sooo Das ist doch schön Die Mine ist wunderschön Supergeil Die Mine ist Super Geil Oh yeah Das Gravel Jetzt wo ich es nicht brauche Ist da Gravel Das ist unbeschreibbar Das ist unbeschreibbar Supergeil Drecks Gravel Drecks Gravel Ich hasse Gravel Ich hasse Gravel Gravel Scheiße Guck mal Gravel Bist du Scheiße, ey Ich hasse dich Ich hasse dich Ich hasse dich Da ist Da ist Oh, da ist Kohle Surin Yeah Mega geil Freue ich mich Ich wette Da drunter ist Lava 100 Pro Ist da unter der Kohle Lava Ich mache hier erstmal weiter Ich habe erstmal gekonnt Die Kohle Und das Eisen Ach, come on Ach, come on Ach, come on Komm schon, ey Ne, mach nicht so ne Faxen hier Guck dir mal dieses Vorkommen an Das ist ja mal Un Menschlich Faszin Ähm Egal Ich weiß selber nicht, was ich labere Fragt mich nicht Tim Ich glaube das ist Tim Ne, das ist Silber Scheiß, den die Menschheit nicht braucht Das ist Lied Scheiß, den die Menschheit nicht braucht Zumindestens ich nicht So Ne, falsch 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 So So, jetzt ist es richtig Jetzt stimmt es auch wieder So So, und weiter geht es Alter Ganz ehrlich, genau das, was ich brauche, finde ich auch Das ist mal mega geil, ey Das ist aber mega fett 100 Pro ist jetzt Lava drunter Irgendwie sowas habe ich doch in Murin, ey Ich hoffe, mein Mikro ist überhaupt aktiviert Ja, mein Mikro ist aktiviert Das wäre jetzt mal mega fell gewesen, wenn mein Mikro nicht aktiviert wäre Dann müsste ich alles nachplappern Uh, das wäre nicht so schön gewesen Ne, ne Mikro ist andern, das fällt mir Erst Erst nach 45 Minuten aufläuft Dass ich mal mein Mikro überprüfen soll Ach, wir sind ja schon da Lol Mega geil Und was finde ich auf Stufe 14, alter Uranium Hammer geil würde ich sagen mal Atomkraft for the win, Mann Ja, also ich muss sagen Ja, also ich muss sagen Stufe 14 Flasht mich Jetzt Flasht mich, Bruder Jetzt ehrlich, äh, was ich hier schon jetzt bekommen habe Alleine durch den Gang Ist schon echt, äh Ich meine, 42 Kohle 8 Gold Und 9 Eisen Eisen Muss mal überlegen Aus 9 Eisen Kriegen wir 18 Eisenbarren Und hier kriegen wir 16 Goldbarren Mega geil Eisen Hammer nice Hammer nice Hammer nice Ich habe überhaupt gar nicht kontrolliert, ob man die Sounds überhaupt gehört hat Bei der, äh, bei Minecraft, äh, Singleplayer Weil irgendwie haben die Sounds oben gespackt und ich habe sie nicht gehört Deswegen weiß ich nicht, ob man sie in der Aufnahme gehört hat, oder wie laut sie war, oder whatever, weißt du Alter Alter Na klar Ohne Scheiß Das hier war die beste Idee bis jetzt in dem Projekt hier Das war bisher wirklich die, bisher effektivste und beste Methode Brauche ich zwar nicht, aber nehme ich es trotzdem mit Ich will nicht, dass ich Unglück bekomme, nur weil ich ein Erz jetzt übersehen habe, weil es meines Verstands nach unmöglich in diesem Spiel ist Will ich nicht riskieren Guck mal Siehste, ich wurde wieder belohnt Lol Ja, baue ich dich ab, ich wurde aber gerade belohnt Siehste, meine Logik, die geht auf, ich hör's dir Diese Logik, die geht Übersicht auf, ey Das ist, äh, Krass Alter Ich werd das jetzt nicht alles zubauen, ich lass hier jetzt eine Fackel drin, ey, sorry Obwohl ich will jetzt ordentlich aussieht, also, alles zubauen Ich habe das jetzt nicht alles zubauen, nicht alles, ich versuche zu machen, wir haben auch in deinen